Und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Final Mix. Wir haben die drei Kinder besiegt. Oogie Boogie hat uns verboten, sein Versteck zu warten. Oh, und wir sollen auch nichts von dem Hebel sagen. Was denn für ein Hebel, Kollege? Was sagst du? Hey, ich hab nur Oogie Boogies Befehle ausgeführt. Schön, schön. Von dem Hebel willst du mir nichts sagen? Da bockse ich gegen. Ups. Oogie Boogie hat das uns bevor, wir hatten keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. So, was hab ich denn mit diesem Hebel jetzt getan? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Warum? Naja. Ich möchte wieder in das Spielzimmer rein. Ich glaube nämlich, da war noch irgendwas. Weil, den Hebel habe ich aktiviert, aber... Was? Ich will Oogie Boogie aus dem Weg gehen. Ja, du. Aber ich doch nicht. Nee, hier ist nichts. Der Schalter, da muss ich wohl irgendwo anders was getan haben. Ich muss ehrlich sagen, so an die letzten Level von Kingdom Hearts Final Mix, beziehungsweise aus Kingdom Hearts, ändere ich mich so gut wie gar nicht mehr. Aua. Der ist runtergefallen. Ich hörte, der kommt mit voller AP wieder, wenn ich hier auf ihn warte. So, wo hat sich jetzt was getan? Mir fällt da an sich nur eine Stelle ein, wo das sein könnte. Nämlich hier. Dass jetzt auf der anderen Seite irgendwas ist, wo ich weiterkomme. Und hier ist eine Truhe. Na, Hundewelpen. Endlich. Ich dachte schon, ich finde hier gar keine mehr. Oh, da drin ist auch eine Kiste. An sich würde ich jetzt warten, genau. Mega-Ather, naja. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wo ich schon soll. Seiten kommen wieder Gegner. Das sind ja aber auch relativ. Was hat denn der Schalter bewirkt? Kann ich hier irgendwas machen? Nee, auch nicht. Hm. Hier unten vielleicht. Auch nichts weiter. Hm. Wo bin ich da jetzt gelandet? Wird eigentlich noch tiefer. Das war die Badewanne wieder, um mich hochzugleiten. Aber ich wollte mich natürlich hier hinten noch so ein bisschen umgucken. Da oben ist eine Kultur. Achso, dafür brauche ich die rote Trio-Technik. Die ich, glaube ich, an sich habe. Nur... Rufi hat Trotzkopf gelandet. Trotzkopf ist gut. Nur ich habe halt Donut nicht dabei. Muss ich gucken, ob ich Trotzkopf anlegen kann. Das wäre natürlich sehr schön. Aber er hat keine AP abbekommen. Zumindest habe ich darauf jetzt nicht geachtet. So, jetzt ist ja auch Geschichte. Wollte ich nicht hinterherlaufen. Wo geht's denn? Schon wieder Gegner. Ich möchte doch gar nicht gegen die ganzen Gegner hier kämpfen. Ich möchte doch nur wissen, wo ich hin muss. Das wäre doch schon schön. Ne, ne, ne. So, ich nehme an... Da geht's zur Steinbrücke. Da, wo wir zum Pfeilbeilplatz gekommen sind. Hier geht's nirgends rein. Muss ich dann zurück zum Pfeilbeilplatz? Mir war so, als wenn ich jetzt hier irgendwas eigentlich tun müsste. Na, ich gehe erstmal zurück und gucke an. Vielleicht passiert was. Ja. Oh, da ist ein Item, was ich haben möchte. Genau, den nutze ich bitte. Ich weiß, hier hinten kommen wieder Gegner. Und wenn das jetzt nicht ist, dass ich zum Pfeilbeilplatz muss, dann muss ich mich da überall wieder durchkämpfen. Aber noch war ich ja nicht beim Labor. Ich gehe erstmal zum Labor. Ich sage immer, ich gehe irgendwo hin und tue es dann doch nicht, weil ich dann gegen Gegner kämpfe. Meine Güte. Ich komme gar nicht zum Labor, weil hier Gegner sind. Dann schlagen wir uns doch durch, die Gegner. Oder hat das einen anderen Grund, warum wir nicht mehr zum Labor kommen? Ach, ich wollte noch wegen Trotzkopf bei Goofy gucken, was? Na toll, jetzt sind hier auch noch Gegner aufgetaucht. Und noch mehr Gegner. So, jetzt ist der auch Geschichte. Äh, wenn was schief geht, dann geht es richtig schief. Toll, bei Sora ist war auch ein Erwerb, aber nur die LP. Ich habe mir ja schon gebetet, dass ich auch mal wieder eine richtig schöne... Na, Voliability habe ich erst meinen letzten Erwerb. Brutalando. Brutalando. Brutalo. Brutalando ist das nicht ein Pokémon? Ach, ne, er hieß Brutalander. Ach, ich komme schon ganz durcheinander. Bevor ich es wieder vergesse. Trotz Kopf auf 5 mit einem minimalen Wert an der LP wird die Kampfhoffigkeit getrotzt. Mhm. Habe ich jetzt aber gerade nichts, was ich rausmachen möchte und kann. Du blöder Typ. Ich wollte da doch nur rein und du hast mir die Tour versaut, ne, endlich. Ich hoffe, das hat sich jetzt wenigstens gelohnt. Ja, jetzt schon wieder was bellen. Bring mir mein Herz zurück, bevor ich... Also sage ich ja, ich muss da hinten irgendwas am... Sag schnell. Beim Spielzimmer oder so. Irgendwas muss ich da noch tun, bevor ich da weiterkomme. Dann... Versuche ich da mal schnellstmöglich hinzukommen. Oh, hier sind alle Gegner weg, weil wir die hier gerade aus dem Weg geräumt haben. Das ist... Schön und schlecht zugleich. Weil hätte ich gewusst, dass es unnötig ist, diese Gegner da alle wegzuholen, dann hätte ich das natürlich nicht gemacht. So, jetzt seid ihr wieder da. Ich glaube hier, die Welt ist auch recht gut, um Level zu fahren. Weil man hier, um überall hinzukommen, wenn man sich hier fünfmal verlaufen macht, dann hat man bestimmt 20 Level ab. Weil man ja hier in jedem Bereich irgendwie so gut wie jeden Gegner töten muss. Damit man wieder zurückkommt. Hm. So, hier kommen jetzt auch gleich wieder sofort Gegner. Ich möchte mich gar nicht so weit nach vorne zu bewegen. Weil vielleicht schaffe ich es dir so vieler Gegner auszulassen wie möglich. Ja, das war ja mal wieder eine Aggression. Na los, komm her. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn das geklappt hätte, wa? Aua. Ja, doofi, doofi, doofi. Was stehst du da auch sinnlos rum? Oh, da ist noch einer. Heilen wir uns mal wieder. Heilen kann nicht schaden. Aber diesmal sind wir hier... Ne, okay, diesmal habe ich auch nicht die hintere, linke und rechte Ecke gemacht, sondern bin dann gleich schwächer, wo es doch nichts mehr ist. So, hier weiß ich auch, dass ich erstmal nicht kämpfen bräuchte. Da muss eigentlich irgendwas noch im Spielzimmer sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Weil auf dem Weg nach unten war ja auch nichts. Ah ja. Ja, komm her, dann machen wir euch jetzt schnell platt. Du sollst ja nicht das Ding schlagen, du sollst den Typen da schlagen. Egal, jetzt stehst du um drauf. Ich weiß noch nicht, ob hiermit irgendwas war. Ich glaube aber nicht. Oh, wie ist hinter mir? Da hätten wir auch nichts weiter. Ja, hier wieder ein paar Gegner. Ne, ne. Da renne ich wieder an die vorbei. Hier ausgetrickt. Der Vorteil ist natürlich, da oben ist auch gleich wieder ein Speicherpunkt. Also hier in dem Spielzimmer ist ein Speicherpunkt, da kann ich nämlich gleich wieder heilen und bla bla bla. Das haben wir aktiviert. Das haben wir aktiviert. Oh, wo gehört uns? Ja, wir hatten keine Wahl. Die grüne Tür. Ja, die werde ich wahrscheinlich wirklich nie finden. Oh, da muss ich hier vielleicht was. Naja, das wäre auch zu schön gewesen. Dann wieder heilen. Hm, wo könnte die grüne Tür sein? Die muss irgendwo hier sein. Ich speichere hier an der Stelle nochmal ab. Und suche dann natürlich die grüne Tür. Wird mir erstmal nichts anderes aus. Ich weiß nicht, wo die sein soll. Ich habe die schon mal irgendwo gesehen. Ja, natürlich habe ich die schon mal gesehen. Jetzt wäre ich da fast runtergefallen. Okay, die grüne Tür, die grüne Tür. So weit weg kann sie doch gar nicht sein. Oh. So kann sie sein. Hier würde sie nichts sein. Da hinten war ich glaube ich nur... Warte mal. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Und wenn der weg ist, dann kann ich auch die Kiste öffnen. Oh, das war jetzt nicht so schlecht. Wollte ich das wirklich? Ich weiß nicht, ob ich... Ach, da ist die grüne Tür. Naja. Was sagt man denn dazu? Dann wollte ich das. Dann war das alles geplant und nichts davon war Zufall. So ist das. Folterkammer. Ob ich da hin möchte, weiß ich nicht. Ohi, 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 ohi. Gib das Herz wieder. Ja. Oh, ohi. Oh, ohi, ohi. Ja, und hier hätten wir auch schon den... Aua, Boss. Erstmal heil. Machen wir erstmal diese kleinen Teile hier fertig. Und dann gucken wir weiter, was sich dann ergibt. Aua. Komme ich da hoch? Ich glaube nicht. Lass mich raten, darum komme ich auch nicht. Aua. Ich bin irgendwie getrennt. Aua. So, jetzt dreht sich das weiter. Leute, weicht doch aus. Ich bin wirklich da oben angreifen. Was ist denn das schon wieder? Wir treffen den doch eh nicht. Boah. Bitch-Slam oder so. Ich möchte hier gerne hoch. Warum kann ich da nicht hoch? Dich nur mit einem Schlag zu treffen, das ist voll unnötig. Das war jetzt auch nicht so schön. Ja, wenigstens kommen ein paar Gegner, da kann ich wieder ein bisschen MP auffüllen und so. Lass mich in Ruhe. Und ich glaube, das geht auch schneller vorbei, dann die Runde da. Muss ich ihn noch kurz sehen. Jetzt eigentlich bin ich hier oben. Jetzt kann ich ihn auch mal richtig prügeln. So ist es doch schön gewesen. Dann überlebt ihr auch keine 200 Kombos. Na ja, das ist was richtig unschöpft. Äh, das ist was richtig unschöpft. Äh, äh. Na ja, jetzt kannst du hier mal richtig Prügel bekommen, Kollege. Geht ihr jetzt noch in Rage-Modus oder so? Passiert jetzt hier noch irgendwas Spannendes? Aua. Ja. Ich muss ihn erwischen. Jetzt sind alle hier, jetzt können wir ihn richtig... Das war's schon. Maximum AP ab, Abwehrkraft und Maximum AP. Super, den haben wir es doch mal gezeigt. Mehr oder weniger. Das Herz war letztlich doch eine Fehlkonstruktion. Einlegen, Binge halten. Ransombericht sie mal halten. Ja. Viele können sich denken, dass wir hier noch nicht fertig sind. Hä? Ogi Boogie hat sich mit dem Gebiet verspreußen. Boah, wieso ist der plötzlich so groß? Seht doch, er ist randvoll mit der Macht der Dunkelheit. Ogi Boogie zieht Kräfte aus diesen dunklen Kugeln. Also müssen wir diese Dinger vernichten, oder? Ja, das müssen wir. Das tun wir aber erst im nächsten Part. Und ich bedanke mich somit für euer Zuschauen. Bös dahin.